Und sobald wir dann erstmal bei der Oase auch sind, haben wir nicht nur eine weitere Nebenquest, sondern auch einen Speicherpunkt. Äh, verdammt, es ist, sag jetzt, ein schwarzes Brett. Ich habe gesehen, wie ein Charavan gekommen ist. Das war so, was war das? Das andere Ort, das wir in der Stadt von Albana gesehen haben, ist es genauso wie das. Was ist das, was wir in der Stadt von Albana gesehen haben? Das war's für mich. Also gut. Durchquere die Wüstenhöhle. Allerdings wäre das, er sagt, der Weg nach Abana. Hm, und was ist jetzt hier los? Oh Gott. Domter Moji, genialer Sogeking. Garuda Pirat Gada. Fasti, der göttliche Wind. Hm. Aus der Weltwirtschaftszeitung. Der Bestienzimmer achtet den Vizekapitän der berühmten Piraten. Der Bestienzimmer achtet den Vizekapitän des berühmten Piraten. Gerüchtensfolge ist der Bestienzimmer, der zu Moji, dem Vizekapitän von Buggy dem Clown aus dem Eastbrook aufschaut, aus der Wüste nahe in Anohana in die Schlucht ohne Wiederkehr gezogen. Ach Gott, das wäre, ich sag jetzt, wirklich interessant. Aber jetzt zur Wüste ohne Wiederkehr zu gelangen? Nein, danke. Okay, vielleicht später. Machen wir doch lieber eine Nebenquiz. Quiz sind Leben, Quiz sind Liebe. Quiz sind mein Ein und Alles. Beantwort meine Fragen, neue Kandidaten. Wer seid ihr? Gut, dass du fragst. Ich bin Zona. Wir leben im Quiz-Zeitalter. Und ich bringe euch die Freuden der Fragen. Quiz klingt langweilig. Das ist nicht. Lass mich nur eine Frage stellen. Das macht dir bestimmt Spaß. Allzu lang dürfte es ja wohl nicht dauern. Was ist denn überhaupt das Quiz-Zeitalter? Das weißt du nicht. Quiz erobern die Welt im Sturm. Alle lieben Quiz. Sie gehören quasi schon zum Leben dazu. Zum Beispiel grüßen sich die Leute mit Quiz-Fragen. Das tun sie nicht. Du weißt es nur noch nicht. Außerdem geht es nicht nur um Begrüßung. Starke Krieger und Soldaten erhöhen ihre Quiz-Kraft, um ihre Schwerte und Kampfkunden zu verbessern. So wie dieser Schwertkämpfer da drüben. Nein, das tue ich nicht. Erzähl doch nicht solche komischen Lügen. Ich lüge nicht. Du wirst, das wirst du sehen, wenn du deine Quiz-Kraft steigerst. Ich kann das irgendwie nur schwer glauben. Na schön, ich muss dich einfach dazu bringen, bei meinem Ratespiel mitzumachen. Ich weiß das. Treffen wir eine Abmachung. Wenn ihr meine Quiz-Fragen beantworten könnt, erhaltet ihr von mir einen wunderbaren Preis. Was? Du gibst uns Fleisch? Was? Ähm, nein, ich sagte Preis. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Legen wir endlich mit dem Fleisch-Quiz los. Da hast du aber eine 180-Grad-Wende hingelegt. Na schön, fangen wir an. Das Grand Line-Quiz. Na, dann schieß los. Möge der Kampf beginnen. Hier kommt Frage Nummer 1. Die Crew hat den geheimnisvollen Quiz-Fan Sona kennengelernt. Sie gibt uns eine Belohnung, wenn wir alle Fragen richtig beantworten. Ähm, ist hier ein... Okay, Grand Line-Quiz eines Kindes. Ist hier eigentlich nicht gerade so viel. Erste Frage. Welches Tier möchte dein Schüler werden, wenn du es im Kampf besiegst? Ach, das ist ja nun wirklich ziemlich einfach. Die Kung-Fu-Robbe. Richtig, dass sie ziemlich stark sind, wäre es klug, sie nicht einfach so zu einem Kampf herauszufordern. Zweite Frage. Wie lautet der Name einer Giftspinne, die aussieht wie eine Frucht? Äh, okay. Das wissen wir, sagt ihr auch. Durch das Ansehen des One-Piece-Anime. Weil, als man zum allerersten Mal Ace im Anime gesehen hatte, war er, sagt ihr auch, in einem Restaurant. War aber während seines Essens eingeschlafen. Mhm. Er war während seines Essens eingeschlafen, landete mit seinem Gesicht in seinem Essen. Die Leute, die um ihn herum waren, waren, er sagt, ganz erstaunt. Was war denn da gerade geschehen? Und ja, da hatte einer gesagt, es kann, er sagt, sein, dass er vielleicht, naja, eine Wüsten-Erdbeere gegessen hat. Es ist eine Giftspinne, die sich, er sagt, als Erdbeere tarnt. Aber nein. Die Familie von Ruffy hatte, er sagt, so die Eigenschaft, naja, ab und zu, er sagt mal, beim Essen einzuschlafen. Obwohl, eigentlich, meistens, er ist sein Großvater. Aber, wie dem auch sei, die Wüsten-Erdbeere ist auf jeden Fall richtig. Richtig, wenn man versehentlich eine ist, stirbt man immer nach weniger Tage. Also Vorsicht. So, dritte Frage. Wie herrscht du bei Alabaster und ist der zwölfte Nachfolger der Familie Nifeltari? Tja, ganz einfach. Kobra. Richtig, anscheinend besitzt er doch ein wenig Grundwissen über Alabaster. Gut gemacht, richtig. Und jetzt wird der versprochene Preis. Hey, das ist kein Fleisch. Niemand hat gesagt, dass der Preis Fleisch wäre. Aber, wenn du weitere Grandline-Quiz-Herausforderungen bestehst, gewinnst du vielleicht auch Fleisch. Oh, dann lass mal schnell das nächste Quiz rüberwachsen. Moment noch, auf die Fragen für das Grandline-Quiz muss man sich vorbereiten. Ich brauche also noch ein bisschen. Oh, alles klar. Danke, also dann. Wir leben im Quiz-Zeitalter. Ich will das beste Quiz der Welt veranstalten. Ich warte darauf, dass ihr euch der mittelschweren Herausforderungen stellt. Naja, Hauptsache, wir haben jetzt die erste Herausforderung abgeschlossen und es geht deshalb schon weiter. Quiz sind Leben, Quiz sind Liebe, Quiz sind mein Ein und Alles. Beantworte meine Fragen, Kandidaten. Oh, das ist das Fleisch-Quiz. Warum sagst du ständig Fleisch-Quiz? Das ist das Grandline-Quiz. Das habe ich dir doch schon gesagt. Naja, willkommen, Quiz-Zeitalter. Dieses Grandline-Quiz wird nicht so einfach wie beim letzten Mal. Okay, ihr seid doch dabei, oder? Ja. Warum bist du so besessen von Quiz-Fragen? Der Grund, warum ich so besessen von Quiz-Fragen bin? Ich möchte, dass es noch mehr Ratespiele auf der Welt gibt. Hä, das alles? Ja, je mehr Ratespiele es gibt, desto schöner und glücklicher wird die Welt. Ist es nicht wunderbar? Naja, die Idee ist vielleicht gut, aber... Nicht wahr, deswegen müsst ihr euch auch weiterhin der Herausforderung stellen. Diesmal was Gutes für euch. Außerdem ist der Preis noch besser als der letzte. Jippie, Fleisch! Ähm, Fleisch ist nicht, aber was richtig Schönes. Danke, dass ihr diese gewaltige Herausforderung annehmt. Möge das Grandline-Quiz beginnen. Tja. Nächste Mission beginnt. Erste Frage, wie heißt das große Casino in Rainbase? Goldregen-Casino. Richtig, ein grandioses Casino. Ihr solltet es mindestens einmal im Leben besuchen. Zweite Frage, wie heißen die riesigen Krokodile, die auf Sandy Island leben? Bananen-Krokodile. Richtig, ich halte euch von ihrem Revier fern, wenn ihr in der Wüste unterwegs seid. Dritte Frage, welches Tier stellt sich tot, um Reisen in ihre Besitztür mal zu stehlen? Äh, ja... Der Schwindelreiher? Richtig, falls ihr mal einem begegnet, halt euch von ihm fern. Aha. Mhm. Raffi war, sag auch, einem Schwindelreiher auf den Leim gegangen. Hat der, sag auch, noch Shopper herbeigerufen, um, sag, den Schwindelreiher zu helfen. Aber die hatten es ja, sag bloß, auf die Besitztümer der Stroh-Piraten abgesehen. Wasser, Essen und so weiter und so fort. Super, Herr Marti. Ihr habt alle Fragen richtig beantwortet. Hier ist euer Preis. Ja, von mir aus gerne. Erkennt ihr jetzt, wie viel Spaß Quiz machen können? Ach, langweilig sind sie nicht gerade. Schön zu sehen, dass Ratespiele immer beliebter werden. Du hast gesagt, dass du noch mehr Ratespiele auf der Welt sehen möchtest. Nimmt denn außer uns schon jemand am Grandline-Quiz teil? Leider nein, deswegen müsst ihr auch Werbung dafür machen. Klingt echt mühselig. Was, es gibt auch eine Belohnung. Mir zu helfen ist das Mindeste, was ihr tun könnt. Ich denke, wir haben wohl Lust drauf. Du findest deine Ratespiele ja richtig gut, Sauna. Ja, Raten ist Leben. Deswegen will ich weitere Ratespiele veranstalten. Ich warte auf euren nächsten Versuch. Wir leben im Quiz-Zeitalter. Ich will das beste Quiz der Welt veranstalten. Ich warte darauf, dass ihr euch der Profi-Herausforderung stellt. Auch nix leichter als das. Nächste Frage. Hast du ein neues Quiz für uns? Ja, leider ist es dann aber das letzte Grandline-Quiz für Alabaster. Es ist dann gut über eure Antworten nach. Ah, wir sind bereit für das letzte Quiz. Mit anderen Worten, du hast vor, noch mehr Grandline-Quiz an verschiedenen Orten abzuhalten. Ganz genau, es heißt ja nicht umsonst Grandline-Quiz. Ich muss sie überall auf der Welt veranstalten. Ehrlich? Du willst sie mehrere bereisen, um Quizfragen zu stellen? Mein Ziel besteht darin, Ratespiele zu verbreiten. Natürlich muss sie dafür auch um die Welt reisen, segeln, wie auch immer. Was für ein Kind, das echt schneit. So oder so ist es hier die letzte Quiz heraus. So, bringen wir es zu Ende. Ja, los geht's! So, erste Frage. Wie heißt die hiesige Spezialität der Hafenstadt Nanohana? Parfüm! Richtig, Nanohana ist für Parfüm berühmt. Tiere mit einem ausgeprägten Geruch sind, tun mir leid. Und damit war jetzt Shopper gemeint. Weil er konnte, er sagt, beim besten Willen diesen Gerüchen nicht standhalten. So, zweite Frage. Wie lautet der Beiname von Peru? Alabastas Vizekommandanten. Tja, der Falke. Richtig, man nennt ihn auch den stärksten Krieger Alabastas. Dritte Frage. Wie heißt der Riesenseewolf, der es nur im Sandora-Fluss gibt? Sandora-Seewolf? Richtig, wenn ihr einen seht, nehmt die Beine in die Hand. Die fressen nämlich für ihr Leben gern Menschen. Tja, das war's. Wow, unglaublich, dass ihr es bis zum Ende geschafft habt. Ihr erhaltet von mir den Titel Grand Line Quiz Neulinge. Wir brauchen keine Titel, aber schaden kann es ja wohl nicht. Woran geht es für dich als nächstes? Dir das einfach zu sagen, wäre doch langweilig. Siehe es einfach als weitere Quizfrage an. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, weißt du die Antwort? Okay, dann mach's gut. Ja, ja. Wir leben im Quizzeit, Alter. Ich will das beste Quiz der Welt veranstalten. Lebt wohl. Gut, Mission Nummer 3 abgeschlossen. Jetzt wurde zu Ende gequizzt. So, was können wir jetzt noch machen? Oh, ihr wollt nach Rainbase? Dann müsst ihr doch die Höhle da vorne, ganz gleich, wie gefährlich es darin ist. Ah, okay. Ab durch Rainbase. Äh, durch die Höhle. Aber jetzt campieren wir erst einmal. Machen eine kleine Feier. Und dann können wir immer noch mal sehen, durch die Höhle zu gehen. Anscheinend können wir auch nichts anderes jetzt machen. Na, dann mal los. Gut, das wäre dann schon mal abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen speichern, nach den ganzen Gequizze. Und nächste Halt. Eine Höhle. Und dann müssen wir jetzt auch schon fast vor den Stadttoren... ...von Rainbase stehen. Hm, okay. Kung-Fu-Robben. Wieder mal Vogel-Eier. Aber erneut sehe ich, er sagt, wieder mal keine Würfel. Ich muss ja eigentlich ja wirklich ein großartiges Talent dafür haben, die immer zu übersehen. Dabei dürfte es doch nicht so schwierig sein, irgendwas leuchtendes Grünes zu sehen. Aber bis jetzt finde ich, er sagt nichts weiteres als... ...naja, Schatzthron. Naja, es passt ja natürlich, er sagt, hier auch für Piraten Schatzthronen zu finden. Aber trotzdem. Wenn ihr weiter geht, kommt ihr zu einer Wüstenhöhle. Die ist größer, als sie aussieht und hat ein paar gefährliche Bewohner. Seid vorsichtig. Tja, nichts leichter als das. Ich glaube, beim besten Willen nicht, dass uns das jetzt große Probleme bereitet. Gegen ein Bananenkrokodil haben wir sowieso schon gekämpft. Aber gut, wenn wir erstmal hier durch die Wüstenhöhle gegangen sind. Wo ist auf alle Fälle theoretisch doch... Okay, das scheinen auf jeden Fall erfahrene Kung-Fu-Robben zu sein. Aber gut, ich glaube aber auf alle Fälle... Ich glaube aber auf alle Fälle, hier müssten wir irgendwo wirklich einen Würfel haben. Allerdings ist die Höhle nicht mehr ansatzweise so groß, wie sie eigentlich den Anschein macht. Und was ist jetzt mit Bananenkrokodilen zu tun haben? Durch diese Höhle führt der einzige Weg an Land. Was wollt ihr machen? Trotzdem gehen? Seid doch nicht so unvernünftig. Wir könnten gefressen werden. Hm, okay. Bananenkrokodile. Naja, gegen mindestens ein Bananenkrokodil müssten wir ja kämpfen. Oder auch gegen diese neuen Fledermäuse. Es wundert mich eigentlich auch ein bisschen, dass hier so wenig los ist. Hier sind eigentlich wirklich eine Menge Passanten, aber wirklich sehr wenig los. Also gut, diese Fledermäuse sind wir gleich erledigt nach Annen-Sanzen-Sekai. Okay, nicht ganz. Aber nach einer weiteren Gum-Gum-Gatling? Dann doch. Verdammt, nur einer, der Skorpioner halluzioniert. Ein klitzekleines bisschen enttäuschen, wieder mal. Ah, das ist ja. Ja, das ist ja. Katsun-Sekai! 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 Gut, daraufhin haben wir jetzt einen Blutskorpion erhalten. Und wir sind deshalb wieder am Anfang herausgekommen. Ah, gut, da drüben ist ein Würfel. Da drüben ist also jetzt endlich ein Würfel. Bringt uns der Weg irgendwie weiter? Nein. Wartet mal, wie sollen wir erst da rüberkommen? Oi, oi, die Leute sind wie viel? Also zuallererst einmal, da drüben ist ein weiterer Würfel. Den holen wir uns. Luffy, auf, auf! Da ist ein Blutskorpion. Hm, und was soll uns das sagen mit dem Efeu? Vielleicht sollt uns das jetzt erstmal so sagen. Sehen wir doch mal, wo wir vielleicht noch runtergehen könnten. Okay, das war auf jeden Fall der falsche Weg. Oder es geht jetzt an irgendeiner anderen Seite wieder hoch. Könnte ja auch sein, dass wir jetzt an irgendeiner anderen Stelle vielleicht noch hochkommen könnten. Ja, ganz offensichtlich wäre dieser Weg hier sowieso verkehrt. Es muss also von irgendwoher noch einen Weg nach oben geben. Sei es drum. Dann gehen wir jetzt erstmal den Weg, den wir jetzt brauchen, um hier rauszukommen. Okay, wir sind jetzt hier auf dem richtigen Weg. Okay, wir sind jetzt hier auf dem richtigen Weg. Wir befinden uns auf alle Fälle auf dem richtigen Weg, würde ich mal meinen. Okay, das war jetzt hier auf jeden Fall der richtige Weg. Nun ist das jetzt auch mal wieder ein bisschen störend. Mit der gesamten Skorpion-Geschichte hier. Tora! Korktel! 2, 3, 4! Ja! Aber hey, mit diesem Spezialangriff kann man ja jetzt eigentlich schon ein bisschen Zeit ersparen. Ist zwar immer noch nicht allzu viel EP, aber... Hm, so kann es immer ein Gen zu einer weiteren Schatztruhe. Aber trotzdem muss man eigentlich nicht jeden Skorpion mitnehmen. Warte mal. Okay, zu Shopper wechseln. Hehehe. Hehehe. Wenn du so ein bisschen weiterentwickeln kannst, dann ist das ein bisschen gut. Na, ein Würfel? Ist ja ein Würfel irgendwo? Hora, na! Nein, eine Schatztruhe! Tja, eine Portion Fertignudeln. Na gut, laufen wir dann erstmal hier wieder weiter. Ich glaube eigentlich wirklich nicht so genau, dass das jetzt ein richtiger Panda ist. Ich will den Schatztruhe! Ein Punkt! Korktel! Kroze! Aber können wir jetzt auch mal kurz mal sehen. So oder so... Das ist, er sagt jetzt, ein Steinpanda. Hm, und Steinpandas haben, er sagt, anscheinend eine kleine Schwertschwäche. Tja, ansonsten können sie ja, sagt wirklich nicht so viel. Nein? Gut, die weiteren Steinpandas besiegt. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Was? Ähm, ich meine natürlich, Schopper. Ich weiß alles über jedes Tier auf der Welt. Ha! Was? Wie dem Ossai? Dieses Tier ist ein Eisbär, kein Panda. Hm, okay, ein Eisbär mit Sonnenbrand. Da muss man sich doch, er sagt, fragen, wie gelangt da eigentlich ein Eisbär in die Wüste? Sicherlich ja nicht über legalen Wege. Und sagt mir jetzt nicht, das ist schon wieder Joe. Hm, das könnte vielleicht Opa Joe sein. Zusammengebrochener Josef. Oh! Ist das in Ordnung? Hat dir das eine Kreatur aus der Höhle angetan? Nein, ich kann mich vor lauter Hunger nicht bewegen. Was? Ach, nicht noch einer von euch. Ja, ich geb dir drei Vitale Äpfel. Alles gut, ihr habt mir das Leben gerettet. Ich kriege immer so schnell Hunger. Ich stamme aus einem Volk hungriger Leute. Ihr habt mich wirklich gerettet, danke. Was für ein Volk ist das denn? Warte mal, gibt es von euch noch einen Nanohana? Oh, kennt ihr Joe? Das ist mein Neffe. Ich wusste es doch. Deine Familie macht nichts als Ärger. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Hier, nimm dies als Entschuldigung. So, ich werde mich noch ein bisschen ausruhen. Hat denn gar keine Angst vor den gefährlichen Biesten, die hier rumlaufen? Wie groß seine Familie wohl ist? Naja, wir hatten ja, sag jetzt schon Joe gehabt. Wir hatten ja, sag Josh. Wir hatten Joseph. Sind die jetzt, sag alle, nach den Leuten aus JoJo's Bizarre Adventure benannt? Gab es da einen Josh? Also, es gab auf jeden Fall Joe und Joseph. Aber ob ein Josh dabei war? Weiß ich jetzt leider nicht. Ich muss es auch zugeben, dass diese Anime nicht wirklich, Herr Sack, mein Geschmack so recht entsprach. Das glaube ich doch jetzt nicht. Wir hätten uns anscheinend jetzt hier viel Weg ersparen können. Aber irgendwie eigenartig. Ah, warte! Nein, das ist jetzt ein anderer Würfel. Das ist jetzt sehr, sehr eigenartig. Hm, das war jetzt ein bisschen eigenartig. Aber gut. Aber gut. Wie lange ist der Weg noch? Äh, ein klitzekleines bisschen. Ich denke mal, wir können dann erstmal noch eine klitzekleine Feier machen. Ein bisschen kampieren. Und im nächsten Part betreten wir doch endlich Rainbase. Ja, da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Am nächsten Part betreten wir endlich Rainbase. Nach all den Abenteuern in der Sü- äh, in der Wüste. Nach all den Wüstenabenteuern ist jetzt wirklich mal Zeit, dass wir wieder den Boden einer Stadt betreten. Gut. So, die letzte Party vor dem Goldregen-Casino. Ich bin dann aber auch wirklich mal froh, dass es endlich mal weitergeht da mit der Story. Wir haben zwar so oder so jetzt, weil er sagt, auch schon viel Story erlebt. Auch, weil er sagt, von vielen Nebengeschichten war er sagt, auch nicht uninteressant gewesen. Aber trotzdem, irgendwann wollen wir, ich sag auch mal was anderes sehen, als nur Wüste. Und damit sei dann jetzt erstmal Tschüss bis zum nächsten Mal, wo wir dann die Wüstenhöhle dann wirklich durchquert haben und dann in Rainbase sind. Bis dann und schau bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.